Und, ist jetzt besser? Nee, immer noch nicht. Und jetzt? Warm! Aha! 15! Warm! 23! Warm! 27! Warm! Immer noch 27! Warm! 35! Warm! 52! Warm! 66! Warm! Uh, Leute, wir sind gerade dabei, unsere neue Satellitenschüssel einzurichten. Die Kinder kontrollieren zu Hause den Feintuning am Receiver. Kalt! Heute läuft da zum ersten Mal tutti-frutti in 3D. Und da besteht natürlich auf die optimale Signalstärke. 83! Echt jetzt? 94! Warm! 100 Prozent! Perfektes Bild! Ja, auf den letzten Drücker. Jetzt muss ich mich aber echt sputen. Die Sendung fängt in einer Minute an. Papa, hast du den tragbaren Fernseher mitgenommen? Äh, ja? Ja! Na, nur Papa! Ja! Haha! Ihr könnt doch aber schon mit dem im Wohnzimmer vorglühen. Das ist aber schwarz-weiß. Wer? Na, der Fernseher. Nee, wer das wissen will. Was? Na, das mit dem Fernseher. Nee, was dich das angeht. Sag mal, jetzt noch. Ich zieh dir gleich mal symbolisch die Ohren lang. Ah, aua! Hallo, Papa? Hallo? Ach, da bist du! Ach, da! Hallo! Ah, endlich mal wieder winken! Wenn ich wink, der stinkt! So steht's schon in der Fibel. Stimmt, das hab ich schon vergessen. Warum sehen wir dich eigentlich nicht beim Fernseher, sondern bei der Rauch-Tabak? Ich glaube, das Wort, das sie sucht, heißt Rauchfasertapete. Alle klar, ihr kleinen Nervpratzen. Ich schalt mal jetzt den Ton ab und die erzählt mal schön weiter. Und schon hab ich sie wieder lieb. Ich meine, sie sind ja auch alles, was ich habe. Oh Gott, ich vermisse sie so. Kann man ja noch viel scheiß Musik ausmachen. Sanktmann, lieber Sanktmann, es ist noch nicht so weit.